Ich glaube, es waren jetzt sehr intensive Einheiten, was normal ist, wenn man jetzt erstmal kein Pflichtspiel hat, haben uns intensiv vorbereitet auf Aue und von dem her war es eine sehr intensive Trainingswoche. Ich glaube, dass uns ein Kampfspiel erwartet. Für Aue geht es natürlich auch nochmal um sehr, sehr viel, genauso viel wie für uns und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch eine gewisse Lockerheit an den Tag legen und in unsere Stärke glauben. Ich habe jetzt beim Wind keine allzu guten Erfahrungen gemacht bis jetzt in diesem Jahr, aber von dem her sind Bedingungen, die jetzt nicht alltäglich sind, aber man muss damit klarkommen. Heute im Training hat es ganz ordentlich hingehauen und von dem her passt es. Ich werde jetzt morgen, denke ich, auf alle Fälle mal in die Heimat fahren nach Erding, die Family besuchen am freien Tag und von dem her alles ganz entspannt und ja, mal im familiären Kreis ein bisschen runterkommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020